Sie möchten Ihren Hof oder Ihren Betrieb einfach und effizient sauber halten? Die Marke Heitmann bietet Ihnen stabile und robuste Maschinen, die durch Qualität mit besten Ergebnissen überzeugen. Der TB902 Turbo Besen ist ein echter Alleskönner und für unterschiedliches Kehrgut hervorragend geeignet. Seit über 20 Jahren auf dem Markt überzeugt er mit seiner langanhaltenden Qualität. Ein universell einsetzbares Gerät, das Ihnen hilft, Verschmutzungen schnell und kinderleicht zu entfernen, Ecken zu säubern und sogar Silage nachzulegen. Er ist leicht zu bedienen, sofort einsatzbereit und arbeitet angenehm leise. Den Turbo Besen gibt es in zwei Ausführungen. Der akkubetriebene TB902 ERL und der benzinmotorbetriebene TB902 HORL, der mit einem Honda Industriemotor ausgestattet ist. Auf dem Hof und dem Stall sammeln sich Schmutz, Mist, Stroh und Laub. Der TB902 Turbo Besen reinigt ohne Rückstände. Mühelos fegt er jegliche Verschmutzung in die gewünschte Richtung und erzielt bei einer Arbeitsbreite von ca. 900 mm eine Flächenleistung von 3000 m2 pro Stunde. Gullis und Rinnen reinigt er spielend leicht. Auch langes Kehrgut bereitet keine Probleme. Sein Können beweist der TB902 auch im Einsatz auf Kopfsteinpflaster. Jegliche Unebenheiten oder Problembereiche hat der Turbo Besen stets im Griff. Er passt sich den Bodenunebenheiten mühelos an. Das stabile Führungsrad ist höhenverstellbar. Dadurch befreit der TB902 sogar Rasenflächen von Laub. Der Wechsel der Drehrichtung erfolgt durch Bedienen eines Schalters am Führungsgriff. Durch das Umschalten von rechts auf links Lauf erübrigen sich Leerfahrten. Die Arbeit geht nach kurzer Kehre sofort weiter. Das erhöht die Flächenleistung. Auch bei nasser Witterung arbeitet er akkurat und rückstandsfrei. Im Winter fegt der TB902 bequem ihre verschneiten Gehwege und Hofflächen frei. Fahrsilos und Siloplatten reinigt der Heidmann Turbo Besen schnell und gründlich. Die im Spitzenwinkel angeordneten Borsten schieben sich wie ein Keil unter die festgefahrenen Verschmutzungen. Mit einem TB902 können Sie Flächen unterschiedlicher Art mühelos sauber halten. Geräuscharm und umweltfreundlich reinigt der akkubetriebene Rotationsbesen die Stallgasse bis in die hinterste Ecke. Die geringe Lautstärke ermöglicht ein tiernahes Arbeiten. Die Pferde schauen bei der Arbeit interessiert zu. Auf dem Futtertisch ist der Turbo Besen bei vorliegender Mischsilage eine komfortable Hilfe. Er bewältigt selbst große Mengen ohne Schwierigkeiten. Ein gut gereinigter Futtertisch ist eine Augenweide. Die serienmäßige Ausstattung des Turbo Besens ist einzigartig. Der Führungsgriff lässt sich auf ihre Körpergröße stufenlos einstellen. Zusammengeklappt lässt sich das Gerät in einem Fahrzeug transportieren. Beim TB902ERL steuert ein robuster Schalter im Griffbereich die Drehrichtung. Beim TB902HORL ermöglicht eine einfache Schaltung am Führungsgriff den Wechsel der Drehrichtung. Zusätzlich lässt sich beim TB902HORL die Drehgeschwindigkeit des Bürstentopfes regulieren. Die Besenaushebung schützt die Borsten in Ruhestellung vor dem Verbiegen. Über ein Spannschloss kann die Arbeitshöhe des Besen exakt eingestellt werden. Ein großes, stabiles Führungsrad in der Größe 160 x 40 mm mit Stahlfelge gewährleistet einen gleichbleibenden Bodenabstand des Besens und sichert exakt den gerade Auslauf der Kehrmaschine. Die großen, luftbereiften Räder in der Größe 280 x 90 mm sind rollengelagert. Der hohe, stabile Bürstentopf aus Stahl wird von einem breiten Zahnriemen angetrieben. Der Heidmann Turbobesen TB902ERL ist mit einer hochwertigen Antriebsbatterie ausgestattet, die eine Arbeitszeit von über zweieinhalb Stunden gewährleistet. Sie lässt sich zudem einfach und sicher auswechseln. Die von außen leicht zugängliche Sicherung schützt die Kehrmaschine vor Überlastung. Zum serienmäßigen Lieferumfang gehört ein Automatik-Ladegerät. Die sechs Besensegmente sind leicht zu montieren oder auszuwechseln. Die durch die Segmentbauweise bedingten Borstenlücken verstärken die Reinigungskraft. Für unterschiedliche Reinigungsarbeiten stehen mehrere Borstenausführungen zur Verfügung. Heidmann bietet Ihnen ergänzendes Zubehör. Damit wird Ihr Turbobesen noch vielseitiger. Mit dem optional erhältlichen Schwadformer legen Sie das Kehrgut genau dorthin, wo es hin soll. Einfach ausklappen und loslegen. Er ist sowohl rechts- als auch linkseitig montierbar. Mit einem Besensatz aus Flachstahlborsten ist der TB902HORL ideal als chemiefreie Alternative für die Grundreinigung auf versiegelten Flächen geeignet. Die verschiedenen Besensätze lassen sich einfach und kostengünstig versenden. Direkt zu Ihnen auf den Hof. Eine Klasse für sich! Der Heidmann Turbobesen TB902 Nutzen Sie unseren besonderen Service. Um sich von den Qualitäten unserer Maschinen zu überzeugen, können Sie diese testen. Ganz einfach und bequem bei Ihnen vor Ort. Vereinbaren Sie dazu einfach eine unverbindliche Vorführung. Heidmann Zuverlässig und effizient Made by KR Maschinen für konsequente Qualität Behnen Sie unsere absoluten Umlauf.